Was ist schön für hetzig? Ich schaue kurz nach. Gibt's hetzig überhaupt? Ah, sagen wir mal antreiben beim Sex. Hallo, mein Name ist Lara und ich bin Sexologin. Ich erzähle dir heute, wie du deine Sexualität mit deinem Partner oder einem anderen gegenüber, mit einfachen, ich sage einfach in dem Sinne, weil die Dinge sind nicht immer einfach, aber es sind Dinge, die man schnell anwenden kann, also mit einfachen Dingen deine Sexualität verbessern kannst. Wenn nicht sofort verbessern, dann zumindest erstmal verändern und Veränderung hat auch immer das Potenzial zu einer Verbesserung. Von daher geht's los. Nummer 1. Setz dich hin, nimm dir was zu schreiben und schreib dir auf, erstens, was dir gefällt an deiner aktuellen Sexualität, die du erlebst, wenn du also in einer Beziehung bist. Dann schreib dir auf, was du mit diesem Partner erlebst, was dir momentan oder auch in der Vergangenheit, kannst du auch nochmal unterscheiden, gefällt und gefallen hat. Und dann kannst du eine zweite Liste anfangen, wo du aufschreibst, was dir weniger gefällt oder was du dir anders wünschen würdest. Bei dem, was dir gefällt, sei sehr detailliert und schreib wirklich alles auf, was dir einfällt. Auch die kleinsten Dinge kannst du aufschreiben. Wenn du damit fertig bist, dann kannst du dir anschauen, einmal die positiven Sachen sozusagen und schau mal bei den positiven Sachen, was sind Dinge, die du vielleicht ganz aktuell gar nicht verwendest, die du vielleicht in der Vergangenheit benutzt hast, aber gar nicht so aktuell nutzt oder erlebst und schaue, ob du diese Dinge vielleicht wieder mehr integrieren kannst bewusst. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht fällt dir ein, dass du vor zwei Jahren ganz gerne, von mir aus, Musik gerne hattest beim Sex und das dich irgendwie angeturnt hat und mit deinem neuen Partner nutzt du nie Musik, dann wäre es ja eine Idee, das doch mal zu integrieren oder auszuprobieren. Das wäre jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber es kann alles Mögliche sein. Bei den Dingen, die auf der negativeren Liste sind oder auf den Dingen, die dir nicht so gut gefallen, welche davon kannst du vielleicht mit einfachen Mitteln schon verändern, ohne, dass du darüber nachgedacht hast. Nummer zwei. Nummer zwei hat ein bisschen auch mit Nummer eins zu tun und kann auch, ja, so als zweite Aufgabe dazukommen. Also es macht Sinn, wenn du erst das Erste machst und dann das Zweite. Das Zweite ist, so ein bisschen zu überlegen, was spricht dich sexuell an, was bereitet dir Lust, was törnt dich an, was erregt dich. Da kannst du auch gerne ein bisschen so aufteilen in visuelle Dinge, in Gedankenspiele oder Fantasien, in taktile, haptische Dinge, also von mir aus auch körperliche Dinge, die man dir tut oder die du dir selber machst, was dir da gefällt. Auch Sachen von deinem Hören, also gefällt es dir vielleicht, wenn jemand dir ins Ohr flüstert oder irgendwie schmutzige Dinge dir sagt. Dass du gerne in diesen Kategorien, also mit allen fünf Sinnen, die wir haben, dir auch so eine Liste machst und einfach aufschreibst, was dir einfällt, was du irgendwie auch entweder in der Vergangenheit oder aktuell anziehend, attraktiv, erregend findest. Das alles aufzuschreiben und das kann schon echt schwierig sein. Und vielleicht fällt dir dann dabei auf, oh, spannend, visuell fallen mir ganz viele Dinge ein, aber taktil gar nicht oder andersherum. Und dann wäre natürlich, wenn du jetzt siehst, in einem Bereich findest du gar nichts bisher so bewusst erregend. Vielleicht, dass du da auch nochmal bei der nächsten sexuellen Interaktion vermehrt darauf achtest, ob dir da irgendwas auffällt, dass du doch irgendwie auf einem bestimmten Geruch stehst oder ja. Also es eröffnet dir quasi, wenn du dir das aufschreibst, dann eröffnet es dir neue Blickwinkel erstmal und einen neuen Blick für Dinge, die du bisher vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen hast. Und entweder dir fällt dann auf, ah ja, krass, doch, es gibt doch Dinge, die mich da erregen. Oder du findest da erstmal nichts, aber dann wäre das ja auch eine Entdeckungsreise wert, zu schauen, vielleicht, wenn ich sehr visuell bin, vielleicht wäre es mal eine Idee, irgendwas auszuprobieren, wo ich meine visuellen Erregungsquellen gar nicht so nutzen kann. Also quasi mit verbundenen Augen zum Beispiel, dass du mit deinem Partner irgendwas ausprobierst, wo deine Augen verbunden sind und wo es ganz viel über taktile Dinge geht oder über Geruch geht, Berührung, Hören, Geschmecken, habe ich fast vergessen, über Schmecken und so weiter. Also die ersten zwei Aufgaben sind also, oder Aufgaben, die ersten zwei Tipps sind im Grunde einfach so ein bisschen nachschauen und herausfinden und je nachdem dann auch so ein bisschen Neues ausprobieren. Das dritte, was du tun kannst, ist, deinen Körper anders einzusetzen in einer sexuellen Handlung, in einem sexuellen Akt, dass du einfach mal anders deinen Körper benutzt. Also wenn du merkst, dass du meistens oder wenn du während her dich mal beobachtest so ein bisschen und merkst, du bist irgendwie sehr bewegungsarm und entspannt von mir aus, dass du dann einfach mal sagst für dich und ausprobierst, okay, heute ist meine Aufgabe in der sexuellen Interaktion, einfach mich mehr zu bewegen, egal wie das ist und oder vielleicht auch andere Bereiche zu bewegen. Vielleicht bist du jemand, der sehr viel sich in der Hüfte bewegt, aber hier oben ziemlich steif ist oder andersherum und dass du dann dir vornimmst, okay, bei der nächsten sexuellen Interaktion ist einfach nur mal so minimal die Aufgabe, während ich das genießen kann, einfach mich anders zu bewegen oder mehr zu bewegen. Mit den Körper zu verändern oder den Körper anders zu verwenden in der Sexualität kann auch gemeint sein, wenn du eher aktiv bist körperlich, dass du dann mal versuchst passiver zu sein. Das kannst du ja auch vorher deinem Gegenüber mitteilen. Ihr könnt es ja auch beide ausprobieren. Oder wenn du penetrativ bist, dass du vielleicht eher mal intrusiv bist, also anstatt die Person zu sein, die eher zustößt oder eher eben einführt, dass du die Person mal bist, die auch aufnimmt. Das kann ja auch in jeglicher Form sein. Das muss ja nicht sein, dass bei dem klassischen Beispiel der Mann penetriert mit seinem Penis die Vagina der Frau. Dann muss es nicht zwingend sein, wenn der Mann es nicht möchte, dass jetzt die Frau in diesem Beispiel den Mann mit dem Finger in seinem Anarloch penetriert, sondern es kann ja auch sein, dass es eine andere Art von Penetration ist, dass gar nichts eingeführt wird, aber die Frau, den Mann anders irgendwie greift oder penetrierender einfach agiert oder vielleicht im Mund vielleicht irgendwie oder den Mann anders berührt. Also das kann ganz spontan passieren und ganz unterschiedlich aussehen. Also körperliche Veränderungen und dazu ist auch wichtig, dazu gehört auch die Atmung. Also das zähle ich jetzt noch zum dritten Punkt mit rein, aber eigentlich könnte es auch ein eigener Punkt sein, die Atmung zu verändern, mit der Atmung zu variieren. Fällt mir auf, dass ich immer ganz, ganz kurzatmig bin oder bin ich jemand, der immer sehr entspannt atmet? Damit einfach auszuprobieren, was verändert meine Atmung in meinem ganzen Körper, in meinem Genital, überall. Nummer vier geht um das Thema Rhythmus und auch Tempo. Tempo, das ist vielleicht ähnlich. Also wenn du mit deinem Gegenüber eher so drauf seid, dass ihr sehr, sehr genüsslichen, langsamen Sex habt für gewöhnlich und dann wäre es eine Idee halt eher Richtung Quickie oder mehr Hetzigen. Hetzig hört sich nicht so schön an. Ich meine es aber sehr positiv. Was ist schön für Hetzig? Ich schaue kurz nach. Gibt es Hetzig überhaupt? Synonym. Also anscheinend gibt es nicht Hetzig. Jagen, Antreiben. Ah, sagen wir mal Antreiben im Sex. Also wenn ihr eher langsamen Sex habt, könnt ihr mal ausprobieren, eher antreibenden Sex zu haben, energiegeladenen, schnellen Sex. Das kann auch schon ganz viel verändern, direkt. Rhythmus kann sich beziehen auf den ganzen Körper, aber auch auf die Zeit. Wie du deinen Körper rhythmisch einsetzt und wie du das zeitlich machst. Jetzt hoffe ich, bin ich bei fünf. Ist eher etwas, was eigentlich zu eins und zwei ganz gut gepasst hätte, aber ich habe mir kein Konzept geschrieben, deswegen ist es jetzt Nummer fünf. Ist das Stichwort Kommunikation. Also wenn du eins und zwei erledigt hast oder dir überlegt hast, dann wäre eigentlich im dritten Schritt jetzt Nummer fünf. Es ist ganz sinnvoll, wenn du manche Dinge davon teilst mit deinem Gegenüber. Wenn es jemand ist, der auch offen und empfänglich ist für solche Informationen, dann könnte die Person ja auch dasselbe für sich machen und dass ihr dann sagt, danach wollt ihr ein bisschen darüber sprechen. Man muss ja nicht alles sich sagen, wenn man nicht alles sich sagen möchte, aber man könnte ja ein paar Sachen davon besprechen und dann vielleicht auch neue Gemeinsamkeiten entdecken, die man vorher gar nicht in der gemeinsamen Sexualität ausprobiert hat, weil man gar nicht wusste, dass jemand das mag. Also Kommunikation sowieso mega gut. Auch wenn irgendwie Wünsche und Bedürfnisse bei den ersten zwei kleinen Übungen auftreten, ist das natürlich auch eine gute Chance, das seinem Gegenüber mitzuteilen. Das kann total viel bewirken, schnell. Weil wenn jemand einfach eine Information hat, kann die Person schon ganz anders auf dich eingehen. Was mir noch allgemein dazu einfällt, es gibt eine richtig coole Webseite. Ich glaube, es heißt mojoupgrade.com. Da kannst du und da können du und dein Partner nacheinander, unabhängig und quasi ohne, dass der andere das sieht, können unabhängig voneinander, nacheinander Fragen beantworten zu euren sexuellen Bedürfnissen, Wünschen und dem und auch Grenzen oder dem, was ihr machen würdet und wollt oder was ihr nicht wollt. Und ihr müsst auch nicht alles beantworten. Also ihr könnt auch entscheiden, worüber ihr antworten wollt und wo nicht. Und dann zeigt es euch am Ende eure gemeinsame Schnittmenge. Also am Ende seht ihr, wofür ihr beide offen seid. Und da kommen ganz oft überraschende Dinge raus, wenn man eben manches doch von seinem Partner vielleicht nicht weiß oder wenn man noch nicht so offen kommunizieren kann oder es noch nicht so gerne tut, dann ist es eine gute Möglichkeit, über diese Internetseite ein Gespräch zu beginnen. Das war's für heute. Ich hoffe, du kannst ein paar dieser Dinge oder vielleicht sogar alle beim nächsten Mal umsetzen oder mit der Zeit umsetzen. Berichte gerne von deinen Erfahrungen damit und von deinen Ergebnissen, ob sich ein bisschen was verändert hat, ob sich etwas verbessert hat. Wenn ihr selber noch gute Ideen oder Anreize und Tipps habt, um die Sexualität zu verbessern, dann schreibt sie gerne hier unten rein, dann können wir alle davon profitieren. Ich freue mich, von euch zu hören und ich wünsche euch ganz tollen Sex, ob alleine oder mit jemandem. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.